Hallo liebe alle, willkommen zur Muttertagsverlosung von Wandklicks. Wie immer hat sich meine Glücksfee, die zauberhafte Malaika, vom ordnungsgemäßen Zustand der Erziehungsgeräte überzeugt. Hier drin sind 23 Überraschungseier mit den Teilnehmernamen. Und wir werden jetzt auf gewohntierische Art und Weise wieder versuchen, einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ermitteln. Liebe Malaika, bist du bereit? So ein Sitz, eine Trommel, super, toll machst du das. Ja, nimm es dir. Wenn ich was fallen lasse, ist es auf die Schulter. Ich mache es nicht so spannend. Nochmal, Malaika, setzen, nochmal Trommel. Prima, so, pass auf, bitte zieh. Super, rot machst du das. Und jetzt zieh einen Gewinner, bitte. Merci, das ist eins, Dankeschön. Und Gewinnerin ist Beatrice Hinder. Herzlichen Glückwunsch, liebe Beatrice. Ich freue mich, dass du gewonnen hast. Setz dich bitte mit mir in Verbindung, damit wir erklären können, wie du deinen Wandklecks bekommen kannst. Euch allen vielen, vielen Dank für die Beteiligung und fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Muttertag. Tschüss, eure Wandklecks.